Servus hier bei Anka TV, schön, dass ihr wieder am Start seid. Man nehme viele nackte Brüste, gibt noch einen Bondage-Comic dazu und schmeckt das Ganze mit einem erotischen Abenteuer ab. Was kommt dann heraus? Genau, der Film Gwendoline. Wenn auch du immer auf der Suche nach guten erotischen Filmen bist, dann abonniere jetzt noch schnell diesen Kanal, zurücklehnen und los geht's! Der Film Gwendoline, oder auf Deutsch Gwendoline, ist ein französischer Film aus dem Jahr 1984. Ich weiß wieder einmal nicht, wie man diesen Regisseur richtig ausspricht, aber ich, nicht blöd, ich habe eine Kollegin, die Sprachen studiert und die habe ich gefragt, wie man diesen Regisseur richtig ausspricht und das war die Antwort da drauf. Hallo, da sagt man, juste chacin. Also, das ist der Regisseur von diesem Film. Der Film ist jetzt erstmalig auf Blu-ray erschienen und zwar hat Kamera Obscura diesen Film in vier verschiedenen Mediabook-Varianten veröffentlicht. Für mich war es ziemlich schwierig, mich zu entscheiden, welche Mediabook-Variante ich nehmen soll, weil wirklich alle vier Cover-Varianten sehr, sehr nice waren. Ich habe mich dann für dieses Cover entschieden. Das ist limitiert auf 666 Stück. Designed hat dieses Cover der Dimo Würz, der bereits Covers bzw. Designs für An American Werewolf in London und für Candyman gemacht hat. Und wir sehen da drauf auch schon die Protagonistin Gwendoline oder Gwendoline, je nachdem, wie man es aussprechen will, ob Deutsch oder Englisch oder Französisch. Und von hinten schaut das Ganze so aus. Der Film hat ungeschnitten eine Laufzeit von 105 Minuten. Und wie gesagt, vor diesen Blu-ray-Veröffentlichungen hat es im deutschsprachigen Raum nur eine Veröffentlichung auf VHS-Kassette gegeben, die aber geschnitten war und es waren einige Bootlegs im Umlauf. Wer sich diese geschnittenen Varianten bzw. die Schnittberichte dazu näher anschauen will, der kann das auf Schnittberichte.com machen, weil dort werden sie geholfen, wenn es um geschnittene Versionen geht. Wichtig, diese Version mit 105 Minuten ist ungeschnitten. Ja, zu diesem Film gibt es jetzt einiges zu sagen. Dieser Film basiert auf einem Bondage-Comic. Das war so ein Skandal-Comic von John Willey aus den 40er Jahren. Und der Film war deshalb ein Skandal-Comic, weil er eben so mit so Bondage-SM gespielt hat. Und auf diesem Comic basiert dieser Film. So eine Story komme ich dann im Detail eh später noch. Was auch noch ganz interessant ist, diese Bondage-Bilder, Covers und so weiter, haben damals offenbar ziemlich Aufsehen erregt. Ihr könnt euch ja mal die Cover-Varianten von den anderen Media-Books anschauen. Ich finde, heute ist das Ganze wahrscheinlich nicht mehr so dramatisch. Damals muss das offenbar dramatisch gewesen sein, weil dieser Comic, beziehungsweise dieser Film, war auch Vorlage für das Lied Sweet Gwendolyn von den Ärzten. Und damals ist aufgrund dieser Cover-Darstellungen, beziehungsweise dieser Bild-Darstellungen, sind die Konzertkarten indiziert worden. Und auch vom Soundtrack, der damals auf LP, also auf Vinyl, auf Langspielplatte erschienen ist, auch der ist damals indiziert worden. Ja, schaut euch die Bilder mal an. Ich finde, heutzutage ist das Ganze nicht mehr so dramatisch, denke ich mal. Ja, das war es jetzt einmal fahrab, was es zu diesem Film so drumherum zu sagen gibt. Worum geht es jetzt in diesem Film? Vom Genre her würde ich diesen Film als erotisches Abenteuer einstufen. Also man darf die Story da, glaube ich, oder auch diesen Film nicht ganz zu ernst nehmen. Also das ist sicher mit ein bisschen einem zwinkenden Auge zu sehen. Der Film beginnt jedenfalls so, dass man sieht, dass die Protagonistin Gwendolyn sich in einen Schiffsfrachtcontainer versteckt hat und so offenbar illegal sich selber nach Asien geschmuggelt hat. Und ich glaube, das Ganze spielt in China. Sie wird dann in diesem Schiffsfrachtcontainer von Menschenhändlern gefunden und wird da gefangen genommen. Bevor allerdings Schlimmeres passiert, wird sie von einem Mann namens Villar gerettet. Und man sieht schon von Anfang an, dass sie ziemlich spitz auf diesem Villar ist. Also da funkt es zumindest schon von ihrer Seite her so auf den ersten Blick. Also man sieht schon, sie ist relativ heiß auf den Typen. Wie das allerdings zum Schluss endet, ob sie mit dem Typen dann was hat oder ob sie nur was hat oder ob sie dann fix zusammenkommen, das wird dann die Geschichte zeigen. Das dürft ihr euch aber selber anschauen. So weit spoiler ich euch nicht. Jedenfalls mit dabei ist auch Gwendolins Zofe. Ich habe jetzt einmal googeln müssen, was überhaupt eine Zofe ist. So, das werde ich euch jetzt sagen. Eine Zofe ist eine weibliche Person, deren Aufgabe die persönliche Bedienung einer vornehmen, meist adeligen Dame ist. Das heißt, es ist eigentlich die Dienerin von Gwendoline. Das heißt, Gwendoline dürfte erst gut im Hause sein. Das erfährt man zwar nicht, aber da sie eben eine Dienerin mit hat, dürfte es wohl so sein. Und dann startet die Geschichte eigentlich erst richtig. Man erfährt dann, dass Gwendoline deshalb in Asien ist, um ihren Vater zu finden, der auf der Suche nach einem seltenen Schmetterling, der sammelt Schmetterlinge, verschwunden ist. Und man sieht jetzt schon da, dass die Geschichte wirklich nicht ganz hundertprozentig ernst zu nehmen ist. Ja, sie stellt dann Nachforschungen an und findet heraus, dass ihr Vater offenbar in ein Gebiet gegangen ist, um diesen Schmetterling zu finden. Aus diesem Gebiet ist eigentlich noch nie jemand zurückgekehrt. Also es ist offenbar ein sehr gefährliches Gebiet. Sie machen sich dann gemeinsam, also Gwendoline, Villar, auf denen sie so ein bisschen spitze ist, das sage ich wieder, weil das doch auch ein wesentlicher Bestandteil des Films ist, beziehungsweise der Geschichte. Und mit der Zofe Beth, die übrigens Beth heißt, das habe ich noch nicht gesagt. Die drei machen sich auf die Suche nach dem Vater. Sie kämpfen sich dann durch einen Dschungel durch, werden dann da auch wieder von so einem Dschungelvolk gefangen genommen. Wie sie da entflieden können, schaut es auch selber an. Und es fließen dann immer wieder so, schon dort so erotische Szenen mit ein. Und ja, wie gesagt, der Film hat ja auch so ein bisschen was Erotisches an sich. Und ja, das wird halt immer so in die Geschichte mit eingeflochten. Ja, wie sie dann diesen Dschungel durchquert haben, dann wird es richtig schräg, weil dann kommen sie in der Wüste und in der Wüste finden sie so eine Höhle. Und da wird es jetzt richtig schräg, weil in dieser Höhle sein bis auf einen, naja, so kann man es nicht sagen. Ja, es sein, sagen wir so, die wird bewohnt von nur Frauen und einem Mann. Und ja, jetzt wird es schräg. Diese Frauen, die laufen alle in so, ja, SM-Bondage-Outfits herum, arbeiten an so komischen Maschinen, so halbnackt. Wir sehen sehr, sehr viel nackte Brüste. Viel weiter geht der Film allerdings nicht, was es dem Erotik angeht. Also es bleibt eigentlich dann so bei nackten Brüsten. Ja, auf alle Fälle, diese Frauen bedienen da halbnackt und in Bondage-Outfits irgendwelche Geräte und Maschinen oder manche werden offenbar irgendwie bestraft. Also das schaut eher aus wie so Foltergeräte. Also ziemlich, ziemlich schräg. Und sie werden dann, also eigentlich alle drei, Gwendoline, Villa und Beth, werden dann gefangen genommen. Und jetzt soll Villa, ja, wie soll man denn das sagen? Es wird jetzt eigentlich darum gekämpft, mit welcher dieser Frauen, die diese Höhlen da bewohnen, Villa Sex haben muss. Also eigentlich wird er indirekt vergewaltigt, wenn man das richtig sieht. Oder er soll vergewaltigt werden. Und dort wird das Ganze so gehandhabt, dass die, wenn der mit einer Sex dort gehabt hat, er muss ja dann Sex, ja, wird dann eigentlich gezwungen zum Sex. Wenn er dann Sex gehabt hat mit einer dort, dann wird er aufgefressen von den Frauen. Also es ist schon ziemlich schräg. Also das sind dann so Amazonen, die irgendeinen Typen suchen, mit dem sie Sex haben können. Und dann wird er aufgefressen. So wie bei Spinnen eigentlich, oder? Ich glaube, Spinnen machen das auch so. Ja, es gibt da noch eine Königin, die über dieses ganze Reich da so unterirdisch herrscht. Und das sieht man auch noch, ich glaube, diese Maschinen und Geräte, was die bedienen, werden eigentlich dazu verwendet, um Diamanten abzubauen. Das Ganze endet dann noch in so einer kleinen Schlacht. Ja, sagen wir so, unsere Protagonisten kämpfen sich frei. Da wird es nochmal ein bisschen blutig, aber nicht übertrieben. Also wie gesagt, der Film, man sieht halt schon, dass er jetzt nicht aktuell ist, sondern schon aus dem Jahr 1984. Die Blut-Effekte und die Go-Effekte sind jetzt nicht so heftig, aber es kommen noch ein paar Blut-Effekte dazu. Es kommen noch ein paar ganz leichte Kampf-Szenen dazu. Und natürlich auch wieder erotische Szenen. Wir haben viel nackte Brüste, viel nackte Frauen. Und ja, das war es dann eigentlich mit dem Film, wie die Geschichte ausgeht. Also ob Vila das überhaupt überlebt, dass er Sex haben sollte mit dem und dann gefressen wird. Oder ob er dann letztendlich mit Gwendoline was am Start hat und ob er dann fix mit Gwendoline zusammenkommt, das schaut es euch dann selber an, weil die Geschichte soll ja für euch auch noch spannend bleiben. Mein Fazit zum Film Gwendoline. Ich tue mich echt ein bisschen schwer, da Punktebewertung abzugeben. Ich würde sagen, ja, sechs von zehn Punkten. Warum diese Bewertung? Also der Film selber ist meiner Meinung nach schon ganz cool gemacht. Er ist definitiv einmal was anderes. Also so, die Story habe ich so noch nie gesehen. Also wie gesagt, mit den Amazonen und vielen nackten Brüsten. Ja, lustige Story, gut gemacht. Basiert eben auf diesem Bondage-Comic. Darum ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen schräg gestaltet, das Ganze. Also schräger Film. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen lustig, obwohl eigentlich glaube ich gar nicht lustig sein soll. Schräg neue Story. Ja. Und wir haben dann auch immer wieder diese Erotik-Szenen drin. Da ist über, also wie sie da von diesem Dschungelvolk gefangen genommen worden sind, da ist auch eine Szene, die einmal richtig witzig ist, so erotisch. Wenn ihr euch anschaut, wisst ihr, was ich meine. War ganz gut. Ja, warum jetzt keine bessere Bewertung? Man sieht halt einfach, dass der Film schon ein bisschen älter ist. Es sind teilweise Schnitte in dem Film drin. Also wir haben da eine Szene und dann kommt ein Schnitt und dann kommt die nächste Szene. Weil man teilweise gedacht, was war da jetzt? Hat da was rausgefällt? Oder habe ich jetzt was übersehen? Also ich habe teilweise dann nochmal zurückgespult ein paar Sekunden und geschaut, hat da jetzt was gefehlt? Also es sind teilweise so ein bisschen komische Schnitte. Ja, auch die Action-Blut-Gas-Szenen sind halt, ja, jetzt nicht übermäßig super gestaltet. Der Film ist, wie gesagt, ganz recht nett zum Anschauen. Ich empfehle ihn auch für Leute, ich will jetzt einmal was schauen, was jetzt nicht ganz so blutig ist, nicht ganz so hart und was auch ein bisschen zum Schmunzeln anregt. Dann ist der Film sicher eine nette Abendbeschäftigung. Also, und ich bin auch schon froh, dass ich mir das Media Book bestellt habe, weil ich einfach das Media Book sehr cool finde und man sollte das Ganze, glaube ich, auch in seiner Sammlung haben. Ich weiß nicht, ob ich es zuerst gesagt habe schon, dieses Media Book ist limitiert auf 666 Stück. So, das war es jetzt mit dem Review. Das Ganze ist jetzt relativ lang geworden jetzt, glaube ich. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, wenn du nicht von gefräsenen Amazonen aufgefressen werden willst, dann musst du jetzt unbedingt noch diesen Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.